Eine sanfte Brise streifte sein Gesicht und strich ihn durchs Haar, und eine Woge aus feinen Düften schwebte in der Luft, als sei eine Frau vorbeigegangen. Toni stand völlig reglos, als könnte das helfen, den Sturm in seinem Kopf zu beruhigen. Seine Gedanken formten eine Kaskade der Verwirrung. Träumte er? Oder war er verrückt geworden? War er tot? Gut, offensichtlich nicht, es sei denn, es sei denn, seine Ansichten über den Tod erwiesen sich als vollkommen falsch. Ein Gedanke, den er zu beunruhigend fand, um ihn ernst zu nehmen. Er hob die Hand und berührte sein Gesicht, als könnte das etwas beweisen. Das Letzte, woran er sich erinnerte, war, die Bilder waren ein Durcheinander aus geschäftlichen Meetings und Migräneattacken, und dann ein plötzlicher Alarm, ein jähes Erschrecken. Er erinnerte sich, dass er aus seiner Wohnung getaumelt war und seinen Kopf umklammerte, weil er das Gefühl hatte, der Schädel würde ihm platzen. Dann war er in die Tiefgarage gestolpert und hatte sein Auto gesucht. Seine letzte Erinnerung war, dass er auf ein Licht zuschwebte, das ihn anzog. Und nun war er hier, ohne eine Ahnung zu haben, wo sich dieses »hier« befand. Angenommen, er war nicht tot, dann lag er vermutlich im Krankenhaus, vollgepumpt mit Medikamenten, die den neuronalen Sturm beruhigen sollten, der in seinem Gehirn tobte. Vielleicht erlebte er nun die Nachwirkungen in Form von Halluzinationen, die sich aus unzusammenhängenden Erinnerungsfetzen seines Lebens speisten. Was, wenn er in einer Gummizelle saß, in einer Zwangsjacke, als sabberndes Häufchen Elend? Da zog er den Tod vor. Andererseits, durch Koma oder Wahnsinn in eine solche Umgebung versetzt zu werden, fand er so schlecht nun auch wieder nicht.